Guten Morgen meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen, wir kochen nach 10 Gbc Regeln Kochvideo und heute ist es ein wirklich einfaches Kochvideo. Wir behandeln ja im Moment, was man frühstücken kann und es handelt sich heute um ein ganz einfaches Frühstück, wie man auch hier schon sehen kann. Wir zoomen da mal eben wieder ein wenig dran. Und zwar haben wir hier einfach 4 Eier und Bacon. Wir dürfen ja so viel Fleisch essen, wie wir wollen und nur Rührei, nur Eier ist ja manchmal etwas langweilig. Und das Ganze hört sich so einfach an, wie es ist. Wir nehmen einfach die 4 Eier, und schlagen die hier rein. Natürlich müsst ihr kein Rührei machen, ihr könnt natürlich auch Spiegelei machen. Das ist euch völlig überlassen, was euch am besten schmeckt. Zack, haben wir hier 4 Eier. Die Pfanne können wir schon mal anmachen. Dann nehmen wir natürlich wieder gutes Rapsöl. Nicht zu viel in die Pfannen machen. So, dann machen wir zu den Eiern natürlich noch etwas Salz. Etwas Pfeffer, was ich hier schon wieder verschütte. Zack. Und das Ganze ein wenig schlagen. Dann haben wir das Rührei eigentlich schon mal so gut wie fertig. So. Das Ganze machen wir hier in Realtime, damit ihr seht, wie schnell das wirklich geht. Weil viele sagen immer, wir könnten das nicht machen. 10 BBC, das wäre nämlich zu zeitaufwendig. Zum Beispiel mal jetzt arbeiten gehen muss. Das ist totaler Blödsinn. Hier habe ich ganz normalen Bacon von... Ne? Es gibt das natürlich auch noch von vielen anderen Marken. Aber das kostet, glaube ich, gerade nur 99 Cent. Das ist schweinelecker. So. Die Pfanne ist jetzt auch schon einigermaßen warm. Wir fangen am besten mit dem Bacon an, weil das Bacon nämlich sehr schnell fertig ist. Das brät man nur einmal kurz an quasi. Ich sage mal so 3-4 Minuten höchstens. Könnt ihr natürlich so viel nehmen, wie ihr wollt. Ist ja alles erlaubt. Laut den 10 BBC. 1, 2, wir nehmen jetzt mal hier 4 Scheiben von. 2, 4, das reicht. Und ihr seht schon, das fängt mich sofort an zusammenzuziehen, weil das wirklich total feines Fleisch ist. Der Vorteil daran ist, dass wir das Bacon zuerst machen ist, dass sich der Geschmack auch in dem Öl festlegt. Und dann haben wir das nachher auch im Rührei und das schmeckt einfach total geil, wie sie kommen. Und dann haben wir das. So, nach circa 1,5 Minuten habe ich das jetzt noch einmal gewendet. Jetzt lassen wir uns nochmal einen kurzen Moment. In der Zeit können wir nochmal beim Rührei ein bisschen nachschlagen. Und jetzt können wir nochmal beim Rührei ein bisschen nachschlagen. Das riecht so saulecker, das Bacon. Das riecht so saulecker, das Bacon. So, das riecht auch schon. Es ist natürlich schade, dass sich das so ein bisschen zusammengezogen hat. Aber geht ja nicht immer nur um die Optik. Geht ja auch darum, dass es schmeckt. So, jetzt hauen wir einfach in dieselbe Pfanne das Rührei ein. Und das geht ja auch jetzt recht schnell. Die Pfanne ist ja schon schön heiß. Wie man Rührei richtig macht, müsste ich eigentlich, glaube ich, keinem von euch sagen. Aber da die Frage, was man so frühstückt bei CMDWC immer wieder kommt, widme ich mich jetzt diesem Thema, so einfach es auch sein mag. Und das geht ja auch. Und schon ist das Rührei her. Ja, bislang nicht. Wir machen es jetzt auch noch auf den Teller. Eine weitere Variante wäre, wenn euch das zu langweilig ist, dass ihr das Bacon zerschneidet und in das Rührei selbst reinmacht. Oder zum Beispiel auch Speckwürfel nehmt und das direkt in das Ei reinmacht. Und wenn das Ganze fertig ist, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Fünf Minuten vielleicht. Dann sollte das Ganze bitte so aussehen. Und das schmeckt einfach supergeil, das Bacon. Und das ist eine Abwechslung zu den ganzen Eiern, die man isst. Man isst ja sehr viele Eier in CMDWC. Da ist das Bacon einfach eine supergeile Erweiterung dazu. Und es ist halt, wie ihr jetzt gesehen habt, sehr, sehr schnell gemacht. Ja. Mein letztes Kochvideo hat sich auch mit dem Frühstück beschäftigt. Das war das sogenannte Mikrowellenbrot. Wenn ihr das sehen wollt, ich blende das jetzt eben hier ein. Da könnt ihr dann draufklicken und euch das Mikrowellenbrot zum Frühstück machen. Dauert auch nur, Zeitaufwand, vielleicht maximal fünf Minuten. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und einen guten Hunger. Und ja, wie spät es auch immer bei euch sein mag, stay tuned, euer Game Prima, ciao.